Ich habe alles für dich getan, dir zur Seite gestanden, dir mein Leben geschenkt. Machst du das eigentlich immer so mit deinen Studentinnen? Ella, merkst du nicht, dass du viel mehr für mich bist, als nur ein gewöhnlicher Füllerin? Aber es sollte dennoch unser kleines Geheimnis bleiben. Du siehst, ich muss auf der anderen Straßenseite gehen. Du fährst mit einem Mann in die Welt hinaus, der dir das Blaue vom Himmel verspricht. Aber bis heute nichts von all dem gehalten hat. Ich liebe ihn. Mehr als irgendetwas auf dieser Welt. Vielleicht sogar mehr als die Malerei. Eine allumfassende Kultursynthese. Es gibt sogar schon Pläne für die Künstlervereinigung. Gabriele Münter. Franz Schmack. Keine starren Regeln mehr. Keine Grenzen. Wir haben auch schon einen Namen. Der blaue Reiter. Die Wucht der Farbe. Wird unser Magenzeichen sein. Dieses Bild will ich euch heute als Vision für mein Verständnis von neuer Kunst zeigen. Es ist revolutionär. Die sieht doch gar Kunst. Meine Kunst wird als einzige von den Kritikern gewürdigt. Das ist ein großer Triumph, Gabriel. Gönnst du mir meinen Erfolg etwa nicht? Dass ich nicht lache. Erst bist du zu Tode betrübt, dann himmelhoch jauchzend. Du machst mich krank, aber... Manchmal bist du so kalt und gefühllos. Seit wie vielen Jahren verspricht er dir schon die Ehe? Ich muss zurück nach Russland. Ich will nicht ohne dich leben. Ich versterbe ich. Ein Mensch, der keinen Boden unter seinen Füßen hat. Wie soll der marschieren? Das wird ihm noch leid tun. Das wird ihm noch leid tun.